so moin und willkommen zurück zu einer weiteren neue folge und in der letzten folge hatten wir einen kleinen kampf gehabt und ja ein fehler gemacht da hatte ich meine rohrbomben einfach auf sie gelegt anstatt das hier aber im zweiten try haben wir sie dann gelegt ja das war dann müsst ihr ein paar davor sehen was da geschehen ist okay ich würde sagen wie machen wir hier weiter geht das überhaupt hier weiter nein zwar fake verdammt gut dann gehen wir natürlich jetzt verstehe ich mit dieser toten kopf damit wir hier raus können und diese zwei dingen hier was wir haben hier für unten dafür bräuchten wir halt diese ding ist hier macht sind gut gehen wir mal weiter wenn ich dachte schon ich hätte was gehört karte hopp halle ne ja ich hab Angst da ist doch was ich höre sie doch oder er oder sie oder was auch immer hallo ich hab Angst also jetzt hängt es an spannend zu wirken zu werden hallo ich hab Angst ich will doch nicht mit dir spielen wie irgendwo oh mein gott hohoho osorry aber ich hab jetzt keine zeit mir dann ooop was verschlossen das dieses auch oh 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 oh, oh oh. Selbst ich werde mal... Nein! Nein, wirst du nicht. Bist du nur sauer. Wie Kraut. Äh, dem, 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 dem. Okay, gerade gucken. Äh, scheiße, watsch der Tasse. Äh, Speise, Innenhof. Ich weiß nicht, wohin. Das ist mir jetzt ein bisschen zu stressig jetzt gerade. Äh, wir gehen mal hier hin. Okay. Äh, Karte. Äh, unten ist Händler. Was hatten wir hier? Die fängen jetzt den ganzen. Und diese Kugel-Labyrinth. Ah, warte mal. Äh, hier war das, ne? Guten Tag. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Ja, ganz gut. Keine Spur von Rose. Ich, äh, war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Halt's ab. Machen wir gleich. Okay, ich guck mal hier. Ähm, wo ist die Kugel? Aha. Ach so, das ist so ein Minispiel. Äh, äh, äh. Das ist ja cool. Aha. Was hab ich jetzt davon? Gut, ähm. Siehs als Investition, Ethan. Ähm. Ui, der kostet 10.000. Das ist mir ja die Sache noch zu teuer. Ähm. Nee, Gommenberg statt. Ja, warte mal, wir können auch was, äh, verkaufen, ne? Ja. Schwere Zeiten, Ethan. Ah, okay. Gesehen und gekauft. Genau. Das sollte reichen. Oh, jetzt haben wir so viel Geld. Warte mal. Nicht, dass ich ein bisschen zu viel verkauft habe. Das kann ich auch. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Okay, schön. Ähm. Nein. Verschieben. Dietrich kommt da hin. Du da. Du da. Du da. Dann sieht das ein bisschen ordentlicher aus. Ähm. Da können wir uns nicht leisten. Da können wir noch zwei Stück basteln. Mhm. Schönen Tag. Ah, ja, ja. Ja, genau. Ähm. Werkstatt. Uiuiui. Das heißt, ähm. Nachlade. Magazin größer. Ich würde sagen, wir machen mal hier ein bisschen mehr Power. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Ah, fünf ist eigentlich ganz okay. Jetzt war ja kein Mach auf zwei, sechs. Nee. 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 Ja. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Ich finde, die Feuerratte ist sehr wichtig. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Ähm. Was haben wir hier? Was ist das? Mina? Scharfschützenmonition gibt's auch. Zusatzkoffer. Oh, ja. Okay. Sieht schon mal cool aus. Aber das Magazin. Natürlich. Okay, cool. Ja. Wir haben noch so viel, aber... Was bringt uns das hier? Das ist so einzeln, ne? Ach so. Der zeigt uns sehr, wie man das herstellt. Ja, natürlich. Gerne. Noch etwas? Ähm. Da kann man lernen, wie man Dinge zerstellt. Einen größeren Koffer brauche ich, denke ich, erstmal nicht. Ähm. Davon haben wir mehr jetzt genug. Ah, das ist viel zu teuer, ne? Äh. Ach komm. Wir holen uns einen größeren Koffer. Herzlichen Glückwunsch. Damit entgeht dir wirklich gar nichts mehr. Das ist schön. Ähm. Oder ihr Bein. Hals- und Beinbruch. Okay. Ui. Jetzt hat man da ordentlich viel Platz. Gut. Ähm. Dann packen wir das... Dort hin. Ähm. Warte mal. Nee. Ähm. Okay. Okay. Ja, sieht okay aus. Ähm. Speichern wir neuen Ports ab. Gut. Ähm. So, Karte. Wohin gehen wir? Hoppalle. Und, äh, dort oben können wir noch was machen. Ich muss rennen. Äh. Warte hier. Hoppalle. Ähm. Speise. Äh. Ah, wo war das denn nochmal? Ich bin im Stress-Mode. Hm. Genau. Wir gehen ein höher. Ah, okay. Wir bleiben dabei. Ähm. Genau. Hier. Ach, das geht nicht. War verschlossen. Ähm. Okay. Äh. Äh. Wie kommen wir dorthin? Ein Badehaus. Habe ich jetzt keine Ahnung, wie man nochmal dahin kommt. Äh. Wenn wir hier runtergehen. Speisesaal, ne? Und dann wären wir da. Achso, da haben wir den Dietrich. Schmiede Eisen nach Schlüssel. Das bringt uns noch gar nichts. Ah, da ist auch noch ein Raum. Haben wir das echt übersehen? Ähm. Okay, wir gehen raus. Äh. Hauen wir das hier, ne? Ja. Ja. Boah. Warte, Maul. Mich an. Hä? Oh, hallo. Okay, jetzt bin ich dort. In der Küche. Hä? Was? Was hab ich hier in der Küche? Aber wo komm ich da halt hin? Hä? Schmiede Eisen nach Schlüssel haben wir ja nicht. Das ist Weinkenner? Da ist... Nein. Scheiße. Immer weg. Okay, geht nicht. Äh. Dann hier runter. Nein, hier nicht. Oder? Doch, so. Hä? Achso, das ist nur Untersuchung? Nein. Was? Da drauf, das Licht. Ersperrt? Wieso komme ich da nicht durch? Achso, das ist vielleicht gewollt. Okay. 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 Okay Hä, hier ist echt sonst nix Hä, das kann ich mir doch noch nicht vorstellen Hä, das kann ich mir doch noch nicht vorstellen So, wo könnten wir noch lang gehen? Also da geht gar nix Äh, da wird nix Wertgeschoss, wo sind wir jetzt aktuell? Untergeschoss Ne, da wär ja auch nix Ja, da müssten wir noch mal gucken Ähm Hätten wir noch einen Dietrich Aber ich brauch diesen Schlüssel Nur, wo ist der? Okay Okay, der hat nix besonderes Okay Oh, ganz schön dunkel hier Ich hoffe, ihr könnt was erkennen Ähm Okay Jetzt auf einmal sind hier keine Gegner Das ist sehr komisch Oder waren die alle hier? Oh Okay, da müssen wir sogar durch, ey. Die Munition möchte ich mir sparen. Okay. Hier ist nichts besonderes. Okay. Okay. So, schauen wir mal auf der Karte. Okay. Genau, hier. Ah. Oh. 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 Okay. So, was haben wir denn hier? Achso, hä? Achso, das haben wir. Ähm. Hier, schauen wir mal hier. Hier geht's nicht weiter, ne? Nee, natürlich nicht. So, was können wir hier noch finden? Endlich treffen wir uns. Was? Achso, hallo. Ich weiß nicht, was du immer von mir willst, Mann, Mädel. Ich hab dir nix getan. Ah, die nerven mich. Okay. Kurzen Check. Ähm. Ja, ich müsste dorthin. Na, was willst du? Hä? Oh mein Gott. Zeit zu sterben! Heute nicht. Okay, ähm. Ytrich war ich hier. War das hier? Nein. Das war das hier. Hä, was ist denn nun? Achso. Was? Nur wegen Scharfschützen, Moni? Bin ich hergekommen? Okay. Hm. So, was würde ich denn hier oben finden? Hm. 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 Das passt nicht rein. Habe ich nen Anwarnschlüssel? Nee, hab ich nicht. Was? Ja, ja. Was fehlt mir? Hm. Hm. Ah, ich check mal hier ab. Äh, Konzerteil ist das bestimmt, ähm, das hier. Oh. Okay. Nix besonderes. Hm. Nee, hier ist nix. Zum Geier, ey. Wohin? Äh. Nee, da komm ich nicht weiter, da komm ich auch nicht weiter. Speisezimmer, da ist auch nix. Ich glaub, ich muss wirklich hier hinkommen. Hallo? Ähm. Fremde ekeln mich an. Ja, stimmt wirklich. So. Ähm. So, dann hier runter. Ja, genau. Hier. Jetzt passiert nix. Okay. Ich dachte, wir könnten hier weiterkommen, aber nein. Hup! Wack, 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 wack. Oh. Mann, wir die mich sucht. Okay. Okay. Nein, ich bin... Jetzt verschwind die Brust. Was mache ich jetzt in ihr Zimmer? Na... Ah! Mommi! Okay, ähm... Da ist auch Dietrich? Oh mein Gott! Okay... Äh... Wo könnten wir noch hin? Langsam gehen mir die Ideen aus. Ja, solange wir diesen Schlüssel nicht haben, können wir nicht weiter. Terrasse? So... Nee, nee. Unter Geschoss. Was? Hier. Wie kommen wir da nochmal hin? Ah... Wie kamen wir da nochmal hin? Weinkenner? Ah, das ist ja echt vom Weinkenner aus. Dann hier. Tatsache. Und die Frage ist, äh... Hm... Wie sind wir denn da hingekommen? Hallo, wo sind wir? Da. Ähm... So. Wir gehen hier dort lang. Achso, bestimmt zur Richtung Küche, ne? War das? Genau. Das heißt, wir gehen jetzt zur Küche. Äh... Äh... War das hier? Äh... Ups... Leicht verlaufen. Ehm... So. Dann hier. Ähm... Was? Achso, der. Xolbro, keine Zeit für dich. Ich muss weiter. Ähm... Achso, der. ok 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 Okay. Okay. So, ich gehe dann mal hier runter und dann bin ich schon fast da. Ist doch so, ne? Ja. Okay, ich habe was gesehen. Gut. Hä? Hä? Was steht denn da? Äh, bla 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 bla, das hatten wir glaube ich schon, ne? Ja. Hm. Gibt es ja nicht? Ja. 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 Okay. Ja. Scheint hier noch was zu sein... Neee, nee, 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 nee... Hä, wir finden hier gar nix. Nicht mal... ...nen Weg nach oben oder so. Okay. Ehrlich, das ist schon traurig, ey. Wo geht's denn hier bitte schon weiter? Machen wir Licht an. Hä? Nein, nicht da. Bin ich so blöd für eine Zelle hier, oder was? Was mach ich da? Hä? Was bin ich da wieder hier? Da will ich doch nicht. Na, da nicht. Fahren wir das schon mal? Ja. Hm... Ist sonst nix. Oh... Oh, 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 oh. das ist nichts besonderes ganz normal okay ach so denkt da unten immer noch ab Mensch Brudy, wie wärst du denn so an? Haa, okay ich bin lost so, eine Sache will ich noch mal gucken ach so, okay dafür brauche ich noch eine Flasche nee, warte mal Cheese Pulver davon haben wir keine okay gut ich würd nur sagen, ich würd mal von hier aus mal den Part wenden und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann hoffe ich, dass wir auch ein bisschen weiter kommen weil jetzt, aktuell bin ich in Lost unterwegs äh bis dann, tschüss